Meine lieben Hobby-Hexer, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit Witcher 3. Und ich hab grad schon mal geschaut. Wir haben noch ein paar Nebenaufträge, ne? Äh, ja, da. Teufel beim Brunnen in Weißgarten. Die möchte ich gerne machen. Ähm, such den Geist, der im Brunnen spukt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das könnte interessant werden. So, wir laufen einfach mal los. Ganz entspannt. Ich glaub, hier können wir auch ohne Klötze erstmal laufen. Soweit ist das nicht. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja unterwegs noch ein paar Kräuter. Die wir dann mitnehmen können. So. Jetzt müssen wir hier lang, alles klar. Einmal quer durchs Dorf hier. So, schönen guten Tag, Herr Soldat. Schönen guten Tag. Da haben wir schon den nächsten. Die patrouillieren hier anscheinend. Interessant. Interessant. Interessant, interessant. Hier ist Mislav, ja. Den kennen wir auch. Da haben wir ein paar Kräuter. Die nehmen wir auch mit. Wunderbar, wunderbar. Hier, die Rehe, die rennen alle weg. Aber ich tue denen nichts. Die brauchen eigentlich gar keine Angst vor mir haben. Da kommen komische Geräusche aus dem Wald. Ei, 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 ei. Da, neue Markierung. Verlassenes Dorf. Finde mithilfe deiner Hexensinne Hinweise auf die Anwesenheit des Geistes. Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Ah ja, interessant. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Ja. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Okay. Lies den Eintrag über Mittagserscheinung im Bestiarium. So. Okay. Wölfe, Geister, Mittagserscheinung. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Vlad Raymond. Bauern und ihre Bräuche. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf. Die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern eh nicht sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen. Die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen, geliebten oder verräterischen Rivalen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier finden, findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Alles klar. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden. Durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Ja, okay. Diesen Gegenstand müssen wir jetzt finden. Dann lasst uns doch mal gucken. Alkohäst. Herzogswasser. Fläschchen. Servierplatte. Puppe. Okay, ich hänge gerade fest hier. Ah, ja. Okay, da müssen wir mal eben. Schutzschild. Magische Falle. Art. Telekinesische Druckwelle. Jawollo. Einmal aufräumen hier. Leinen. Tabakpfeife. Sonst noch was? Nee. Okay, ich glaube hier gibt es nichts. Gehen wir ins nächste Hütchen rein. Wenn wir dann reinkommen? Ja. Hier ist eine Tür. Hier. Da ist eine Truhe und hier auch. Amethyststaub. Zerriebene Päre und sechs Fluren. Mhm. Nehme ich gerne mit. Und hier. Beerenfett, Hundetalk und eine Quecksilberlösung. Alles klar. Gut. Nächstes Haus. Altes Ziegenfell. Alkoholhäst. Ziegenfell. Aha. Okay. Genius Essence. Schaffell. Vergibtes Tagebuch. Ein Tagebuch. Könnte hilfreich sein. Ja. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Wysima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als er sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Militäre in so vielen Gebeten angefläht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aus aller Verpflichtung dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf, doch mir erscheint es wunderbarer als der herrlichste Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das Hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei törig, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Flug und keine Hacken haben. Aber, dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollten, nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jedem Tag waren. Okay, wir müssen einen Armband finden, alles klar. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Dieses Armband. Es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Ja. Guck mal hier. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Ei. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Okay. Blutflecken. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Interessant. Guck mal hier. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Okay. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Alles klar. Der Geralt, der hat aber auch gute Augen, ne? Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. Ja, guck mal hier oben. Da. Blutspuren. Fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Ei, 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 ei. Ein Gleiche hängt am Ziehseil. Ja, lass mich raten. Da ist das Armband dran. Eine Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. Oder? Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Ja. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Möglich. Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Okay. Yay. Eine Runde baden. Na, dann lasst uns mal gucken. So. Wir tauchen mal. Mal sehen, wo wir hier rauskommen. So, hier geht es gleich nach oben. Das sieht man schon hier an den Blasen, die da aufsteigen. Okay, dann lasst uns mal schauen. Okay. Einmal Luft holen. So, und ich glaube hier lang, oder? Lasst uns mal gucken. Ich glaube, ich bin falsch getaucht. Kacke. Ja, ich hätte in den anderen Gang gemusst. Okay, Freunde, warte, warte, warte. Ja, da müssen wir lang. So. Ah ja. Okay. Jetzt sind wir wieder draußen. Ja, und wir haben nicht das gefunden, was wir suchen. Schade. Spring mal nochmal runter. Ist ja kein Problem. Jippie. Ah, guck mal da. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Zwergenschnaps. Optima Mater. Ist aber auch nicht das, was wir suchen, ne? Aber hier, 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 hier. Da. Verziertes Armband. Verlass die Höhle. Okay. Alles klar. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Natürlich, wem sonst? Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Alles klar. Mach mal. Gut. Müssen wir hier leider nochmal durchtauchen. Aber das ist auch wieder so eine Quest, die finde ich extrem gut gemacht. Das ist auch ein Grund, warum ich das Spiel so geil finde. So, diese, diese kleinen, aber feinen, äh, Geschichten, die sich dann da immer hinter verbergen. So, und direkt noch was gefunden. So, jetzt muss ich mich aber beilen. Sonst, äh, war's das gleich hier mit mir. Sauerstoff wird knapp. Das war schon mal gut soweit. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Okay. Ja, dann können wir ja mal gucken. Wähle das Glossar aus. Bücher und Schriftrollen. In diesem Fenster kannst du alle Bücher und Schriften lesen, die du gefunden hast. Selbst wenn du sie verkauft hast, findest du hier ihre Inhalte. Links kannst du Bücher und Schriften und Briefe auswählen. Der Inhalt wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Danke. Das wusste ich aber schon. So, Alchemie. Dann lass uns mal gucken. Absurd. Glaube ich eher nicht. Tränke. Da, Öle. Geisteröl. Zutaten fehlen. Wir brauchen... Arinaria. Okay. Vielleicht geht's auch ohne. Ich werd hier mal speichern. So. Zack. Körper verbrennen. Und das Armband. Igni. Es werde Licht. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Wie schreckt dir das Silber? Ay, jay, jay. Okay. Oh, magische Falle. Was haben wir noch? Ja. Perfekt. Das hat gut geklappt mit der magischen Falle. Das hat voll reingefetzt. Nimm eine Trophäe von der Mittagserscheinung. Das machen wir. Geisteressenz, durchdrungener Staub, Mittagserscheinungs-Mutageen. Helle Essenz, Maragdstaub und die Trophäe. Cool. Teufel im Brunnen. So, das Mutagen, das könnten wir, glaube ich, auch ausrüsten. Mutagene. Positioniere Mutagene auf den entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deine Charakterwerte zu halten. Gut. Dann lass uns das mal tun. Plus 50 Vitalität. Joa. Geil. Sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Passt eine Fertigkeit nicht zur Farbe des Mutagens in seinem Feld, erhöht sie auch nicht den Bonus des Mutagens. Die Erhöhung durch andere passende Fertigkeiten in diesem Mutagenfeld bleibt bestehen. Je mehr Fertigkeiten sich in meinem Feld befinden, die zur Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Jede passende Fertigkeit erhöht den Bonus um 100%. Okay. Mutagene können auch dazu verwendet werden, mächtige Tränke herzustellen, die als Mutagen absurde bezeichnet werden. Okay. Ja. Also, Farbe des Mutagens, Farbe der Fertigkeit, dann passt das. Das passt jetzt bei mir nicht, weil ich ein grünes habe. Ähm, ich hab hier jetzt noch, das Greifen Mutagen hat denselben Effekt. Aber ich will lassen es trotzdem drin, ne? Das passt schon. So. Dann würde ich sagen, kehren wir zu Odolan zurück und holen uns unsere Belohnung ab. Eine sehr schöne Quest. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte mich noch dran erinnern, aber ich konnte mit dem Armband, das hatte ich nicht mehr im Gedächtnis. Aber schön. Sehr, sehr schön. So, da sind wir aber schon wieder im Weißgarten. So, 40 Meter noch. Ich hoffe, der ist auch wach. Der gute Mann. Aber es brennt Licht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jo, da ist er. Odolan. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire. Volker. Klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meisterhexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Behalt das Geld für deine Tochter. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter. Und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meisterhexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Okay. Gut, haben wir einen Amethyst bekommen. Sehr gut. Quest aktualisiert. Teufel beim Brunnen abgeschlossen. Sehr gut. Meine lieben Freunde, ich würde sagen, nach dieser guten Tat verabschieden wir uns. Zumindest für heute. Machen ein kleines Päuschen. Geralt müsste sich ja auch mal ein bisschen ausruhen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es wieder frisch ran ans Hexerwerk. Und dann machen wir weiter. Meine lieben Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Wir sehen uns bald wieder und dann geht es hier weiter. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und tschö. Mit Ö. Gut. Bis zum nächsten Mal.